Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Wild Hearts. Wir werden hier jetzt, glaube ich, ein bisschen erkunden, vielleicht mal ein paar Monster töten, weil ich möchte jetzt hier ein bisschen auch weiterkommen. Wir sammeln jetzt ein bisschen, so Monster Hunter-like-mäßig. Einfach ein bisschen durchmarschieren. Es gibt ja die Dinger, die sind ja versteckt. Und die müssen wir suchen, die kleinen Roboter. Der eine, der was uns hier verfolgt. Der zu Submo-Roboter. So. Wir müssen leiden. Da. Mit Feuer. Gut. Ah, da ist hier einer. Gut. Die würde ich gerne in dieser Folge suchen. Und hier ein bisschen aufdecken, die Map. Weil die Map haben wir jetzt. Hier ist... Hier ist gleich ein Schreiner oder sowas. Hier ist doch... Ah, da oben. Okay. Da oben. Die Dinger brauchen wir nämlich. So. Aber ich dachte, hier oben wäre das... komische Ding. Ah, hier bist du. Dich soll man mal finden. Autsch. Autsch. Okay. Wir sind voll. Wir suchen hier an. Ein paar kleine Leboane sammeln. Mhm. Da frage ich mich jetzt, wo es hingeht. Wo sind wir dann? Wir sind unterirdisch noch. Hier geht's ja auch nach oben. Materialien. Auch wie immer. Mhm. Und danke, Leute, dass die Folgen so gut ankommen. Sollte ich auch mal erwähnen. Da bin ich euch sehr dankbar. Habt ihr Vorschläge noch? Dann... werde ich sie versuchen umzusetzen. Vielleicht ein Multiplayer. Weil ich hätte da jemanden, der würde mitspielen auch. Ja. Momentan würde ich es halt gerade alleine spielen. Da oben. So, komm. Ja. Da ist noch so ein Ding. Okay. Okay. Hier kann... Kann ich lang. Kleine Pistalle. Da ist wieder... Funkiert irgendetwas. Pilze. Jede Menge Pilze. Und auch Kult mal ledigen. Tut mir leid. Abgestochen. Oh, wo ist ein Dorf? Was ist das, wo die Ratte war? Da ist noch einer. Man hört die ziemlich gut. Ja. Äh. Da drüben. Okay. Ja, 50 Stück. Die ersten sollten Einfluss sein. Das haben wir ja schon, oder? Okay. Hier haben wir schon alles. Hier haben wir schon alles. Hm. Soll ich noch weiter gehen? Ah. Okay. Keiner. Falsches Ding. Zerstören. Zerstören. Das ist schon praktisch. Okay. Aber dass man da automatisch immer angreift, finde ich blöd auch. Ein bisschen. Hört ihr einen? Nö. Hm. Hm. Ein bisschen erkunden. Äh. Hier ist einer. Ah, das ist unser kleiner. Oder? Ah. Kleine Blute hier. Hm. Ein bisschen trainieren wieder. Ich habe ja, äh. neue Aufnahme-Session. Vor oben. Ah. Ich höre es schon. Da ist einer. So. Den habe ich. Ein heiligen Baum hier? Habe ich auch noch nicht. Was habe ich das denn gemacht? Hier. Die Folge wird wahrscheinlich nur Erkundung. Oh, 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 oh. Von der ersten Map. Ein bisschen. Da. Ah, der ist ja einfach. Okay. Da wird es keiner mehr drin sein. Also, Geckos. Habe ich die jetzt nicht erwischt? Doch. Ich habe Angst. Hm, hm, hm. Okay. Wo müssen wir lang? Ich werde mal gerade, geradeaus. Oder? Ist das hier? Nein. Ist das hier vorne irgendwo? Gut geschafft. Hier ist doch was Rotes. Ist auf der anderen Seite hier. Hm, hm, hm. Aber hier haben wir gegen das Schwein gekämpft. Hm, hm, hm. Gut. Was ist das Rote? Hinter mir so. Weiter, weiter in der Richtung. Was ist das? Ah. Wieder so was zum Beten. Wo wir mal Blüten kriegen. Ich denke an dauernd, ich höre die Dinger. Kleine Roboter. Hm. Hier müsste doch... Ja, genau vor mir. Den habe ich noch nicht aktiviert. Gut. Der nächste. Na, das ist die Ratte. Aber die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Hier ist es auch. Da oben möchte ich hin. Weil von da oben kommt man ja überall hin. Theoretisch gesehen. Achso, ich dachte da im Turm. Wäre einer es ist. Ja, okay. Ich aktiviere den mal. Zeigen wir mal, was hier so in der Nähe ist. Hm. Da vorne. Da ist einer. Da ist ein Marienkäfer oben drauf. Nehme ich. Wieder so ein Roboter. 12 und 15. Ja, wie gesagt. Die ersten sind alle einfach. Da ist noch einer. Die sind hier überall. Nein, nein. Das war doof. Das war doof. Hier versuche ich jetzt alle zu finden. Und da drin ist garantiert auch einer. Ah, nee. Oh, Material. Hm. Wo hier noch alles Zeug ist. Ich weiß, das ist ein Exude Game. Und ich sollte hier nicht rum sammeln eigentlich. Tut mir leid, Kleiner. Ich brauche ein bisschen Fleisch. Okay. Da. Sonst ist nichts hier. Hm. Bin ich jetzt tot? Nein. Ich dachte kurz. Ich habe das Zeitliche gesegnet. So, hier. Haben wir den? Den haben wir. Hm. Ist nur noch da oben die zwei. Die holen wir uns noch. Ich würde hier ein Zelt hinbauen. Weil das sch- Ja. Dann komme ich hier überall schnell hin. Das ist da drüben. Das Gebiet. Und hier vielleicht noch. Dann komme ich hier überall hin. Hm. Okay. Ist halt ganz anders wie bei Monster Hunter. Ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Vielleicht ist ja hier etwas. Hm. Das ist zu hoch. Okay. Aber hier komme ich doch hoch. Lol. Ja. Das sind ganz viele Schmetterlinge. Nur Pilsack. Du gehörst schon mir? Ist hier noch jemand? Ich dachte, ich habe was gehört. Okay. Ich höre doch was. Ah. Hi, Bro. Okay. Bisschen Sammel- 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 Leidenschaft aufleben lassen. Ah. Den haben wir denn da. Mhm. Ja. Gut. Ich höre doch einen. Da vorne ist garantiert einer. Hier so. Oder? Nicht an der Klippe. Hätte ich jetzt erwartet. Sowas würde ich halt erwarten. So irgendwo am Rand. Auch da, wo man sie nicht vermutet. Hier ist ein Panzer. Hier ist doch garantiert was. Da komme ich nicht rüber, oder? Nee. Da hoch. Nee. Okay. Hier ist anscheinend nichts mehr. Was ist das hier drüben? Achso. Achso, das Harzgebiet hier. Von dem einen Monster, was wir in der letzten, vorletzten, oder vorvorletzten Folge getötet haben. Hier ist doch sicher auch irgendwo einer. Am Rand versteckt. Ich höre einen. Ah, das ist er. Drüben. Da bei dem Baum garantiert auch oben. Hier vielleicht auch. Versteckt. Hier hinter. Killsach. Ich höre doch einen, oder? Ja, das wird mies, um hier alle zu suchen. Schlange. Hier oben. Hier würde ich normalerweise einen erwarten. Das, was ich hier höre, ist nur das Harz. Da. Da. Wo geht's denn hier überhaupt lang? Okay, das ist scheinbar. Ich komme da nicht hoch. Ich brauche mal Materialien. Da drüben. Okay. Da komme ich hoch. Ja, geschafft. Ach, klar. Nee. Echt jetzt? Das hier? Ist das, ist das hier, wo ich denke, dass ich bin? Okay. Hier ist eine Höhle. Gehe ich mal rein. Oh. Hier sind viele Materialien. Wir brauchen so viel Materialien. Bringt das was? So. In der nächsten Folge gehen wir mal adi da. Oh. Talisman. Hier steckt einfach ein Schwert drin im Stein. Äh. Hier ist garantiert noch so ein kleines Teil. Das war das Versteck. Und das Material soll ablenken? Ist das so gemeint? Das ist halt schon praktisch hier. Aber, hm. Dann gehen wir mal hier lang. Ja. Da huckt einfach einer. Auf dem Stamm. 16 von 50. Oh, oh, oh. Ja, wie weit ihr nicht alle... Außer ihr wollt das. Könnt ihr gerne reinschreiben, dass ich die alle suchen soll. Das wird halt eine... Mordsmäßige Aufnahme. Natürlich werde ich es zusammenschneiden. Aber... Gott sei Dank. Wie? Ah, da unten ist das... Dorf, wo wir mit einem Schwein gekämpft haben. Hier, wieder Geheingang. Mit... Nichts drin. Hm. Da ist wieder irgendwas Tolles. Da komme ich aber auf keinen Fall hin. Hm. Oh. Das ist ein Baum? Oh, was sollte ich hier... Ist hier noch was? Hier geht's... Außerhalb der Map. Hm. Geh' noch mal hoch. Da, wo wir hergekommen sind. So. Ist der drüben? Nichts. Da ist gar nichts. Schade. Schade. Ah, da oben. Da ist garantiert etwas. Ah, ja. Wüsste ich doch. Weiß was. Und Materialien. Die wir eigentlich die Mook haben. Aber ich glaube, wir werden... Sobald wir das da drüben... Gesammelt haben... Also, das eine Ding da noch. Und den... Dann... Ja. Weiß nicht mich genau. Komm ich hier runter? Nein. Okay. Das war hier. Ah, ja. Da oben. Das möchte ich noch. Und dann kämpfen wir wieder. So. Hier hoch. Ach. Das haben wir schon. Und hier ist auch ein... Dann baue ich hier schnell ein Zelt. Achso, können wir nicht. Gut. Wir haben das. Das wundert mich ein bisschen. Okay, Leute. Das war's wieder für diese Folge. Das war eine kurze Folge. Nur, dass ihr ein bisschen Material habt noch. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Und ciao. Hab euch lieb. Und lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns gleich in der Folge. Und dann sehen wir uns gleich in der Folge.